Marion Wilmes ist eine deutsche Fußballspielerin. Werdegang Die Mittelfeldspielerin begann ihre Karriere bei Germania Twist. Mit der U18-Nationalmannschaft wurde sie 2000 und 2001 Europameisterin. In beiden Finalspielen erzielte sie jeweils ein Tor. Im Frühjahr 2002 absolvierte sie zwei Einsätze in der A-Nationalmannschaft. Zur Saison 2002-03 wechselte sie zum 1. FFC Frankfurt, mit dem sie 2003 Deutsche Meisterin und Pokalsiegerin wurde. Im Jahre 2004 wechselte sie zum Hamburger SV, für den sie bis 2007 spielte. Danach beendete sie aus privaten Gründen vorläufig ihre Karriere. Hauptberuflich ist sie Physiotherapeutin. Erfolge Deutsche Meisterin 2003 DFB-Pokalsiegerin 2003 U18-Europameisterin 2000 2001